Hallo Leute, es geht wieder weiter mit der lieben, guten, süßen Alice. Und ja, wir sind hier beim Tränensee angekommen. Zuletzt und hier war doch der Typ. Ich weiß schon wieder nicht mehr, wie er heißt. Ja, ich schätze mal, ich darf jetzt hier auf das Blatt und werde jetzt hier hinfortgetragen. Wo auch immer hin. Weit weg. Hinunter zum Tränensee. Mit wenig Lebensenergie. Oh, da vorne ist aber welche. Da vorne ist welche. Und dann sterbe ich hier, oder? Oh, 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 oh. Das stirbt Alice. Ja, das ist aber mal gut zu wissen. Ach so, das Blatt, das habe ich gerade gesehen, das ist da ja noch so ein bisschen dahin geschwommen. Ja, dann kriegen wir das ja hin. Wenn das da so stehen bleibt, dann kriege ich das ja auch hin. Tschüss, schöne Statue von Alice. So, tuckerst du da jetzt hin, oder? Ja, super. Ja, super. Sie erstickt mich hier sofort. War auch mal gut zu wissen, was hier für Viecher sind. Ja, komm, das Wasser ist ja eigentlich auch nicht so tief. Alice, das hättest du ja eigentlich auch mal schaffen können. Die Frage ist für mich so, ja, wie schaffe ich das denn auf den Baum, mir die Energie zu holen, oder lasse ich das jetzt bleiben? Aber ich brauche sie halt so dringend. Ich habe ja nun keine mehr. Ich muss also da rüber hüpfen. Und da jetzt auch wieder hin, oder? Da, wo? Gibt's doch nicht. Lass mich bloß in Ruhe da hinten. Ich schaffe das hier schon. Ich kenne den Weg halt nicht. Ach, das ist so cool gemacht. Ey. Es ist so geil. Ach, da ist er ja wieder. Hey. Ähm. 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 Wenn das Blatt da runterfällt, was soll ich denn dann machen? Hm. Leute, was kann ich denn dann machen? Jetzt bin ich schon so weit gekommen und... Sie ist aber voll runtergefallen. Ich habe da auch nichts gesehen. Ich muss da gleich nochmal drauf achten. Es ist so schön hier. Da stört es mich gerade nicht mal, dass ich jetzt das schon zum dritten Mal machen muss. Wenn ich es zum vierten Mal machen muss, dann bin ich genervt. So. Keine Viecher in sich. Sehr schön. Ja, und wo soll ich jetzt hin? Wenn ich jetzt hier ganz schnell mal speicher... Hier so. Zack. Er kommt von da oben. Na, der, da kann ich ja wohl nicht hin. Aber was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja... Sie kann atmen. Wenn ich so, so die ganze Zeit hoch springe, dann... Moment mal. Komm, hoch. Yeah. Nein, nein, hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Ja, super. Ja, danke. Ich sterbe hier gleich wieder. Ich... Nein, ich will nicht. Ich will nicht sterben. Weg mit euch. Weg. Wo, wo gehe ich überhaupt hin? Hilfe. Nein. Oh Gott. Schnell hier rauf. Erst mal kurze, kleine, kurze Verschnaufpausen. Das, äh... Das lief sehr knapp, aber ich hab's geschafft. Also speichere ich kurz. So, hier kommt das nächste Blatt. Oh, ein schönes, großes, rotes Herz. Ja. Das macht Spaß. So ein bisschen schon. Nee, da will ich jetzt nicht hin. Da ist ja nix. Oh Gott. Geh mal hier so an die Seite. Und hier runter. Und hier rauf. Gut, dass die Blätter immer losschwimmen, wenn ich auch erst los. Dies klappt ja ganz gut. Oh Gott. Nein. Ich glaub, ich muss springen. Und jetzt? Oh Gott. Ich will, ich will mal nicht ertrinken. Nein. Oh Gott, ich werd beschossen. Ich brauch... Hallo. Ich werd beschossen. Nein. Ich brauch ein Blatt. Ich brauch ein Blatt. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Alice. Oh Gott. Alice. Bleib am Leben. Mädchen. Mädchen. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Bleib am Leben. Das war knapp. Da kann ich mich doch bestimmt festhalten. Aber wie? Oh, hier muss ich speichern. Das schaffe ich bestimmt nicht so gleich. Oh. Boah, einfach mal in die Tiefen der Spitzen geknallt. Aufgespießt. Das Problem ist, dass ich nur einmal damals mich festhalten sollte und es da schon nicht geklappt hat. Ich weiß also nicht, wie man sich festhält. So, schon mal nicht. Das war die linke Maustaste. Und sie hat sich gar nicht festgehalten. Dafür geh ich jetzt mal in die Einstellung. Wo ist denn das? Steuerung. Da am Nacken der Person. Rennen verwenden. Vielleicht mit der Enter-Taste festhalten oder so. Oder steht hier das irgendwie festhalten? Ach, ich kann die Grinsekatze hier sogar holen mit der C-Taste. Das wusste ich gar nicht. Springen, rückwärts, vorwärts, alternativer Angriff. Ja, dann versuche ich es mal mit Enter. Nö? Machen wir das mal. Ja. Na. Ja, das hat auch voll nicht geklappt. Aber wenigstens ist sie nicht in die Dornen gekommen. Aber eigentlich ist es doch tief genug, dass sie es überleben sollten. Vielleicht muss ich auch schnell auf so einem Blatt und von da aus dann losspringen. Vielleicht ist das auch einfach nicht nah genug. Ja. Ist okay. Beschießt mich. Tschüss. So geht's. Natürlich auch. So geht's natürlich auch. Der absolute, das absolute Fehlspiel. Warum hüpft sie da immer, sie hüpft da immer über das, äh, Dings hinweg? Seht ihr das immer? Ich will das jetzt auch nicht irgendwie schön reden gerade. Es läuft total blöd, aber immer wenn ich denke, jetzt hält sie sich gerade fest, macht sie nochmal so einen Hopsa. Und den mach ich nicht. Das macht die. Warum denn? Hä? Habt ihr das gesehen? So ein kleiner Hopsa. Und dann schafft sie es nämlich nicht. Das ist ja hohl. Wie soll ich mich denn da jemals festhalten? Ich bin jetzt mal nicht so weit gesprungen. Ich mach das jetzt noch so ein paar hunderttausend Mal, ne? Und dann, äh, wisst ihr Bescheid. Vielleicht muss sie die Waffe auch weglegen. Die stört ja auch irgendwie total. Einfach mal so. Ach, lenkt mich doch da oben. Wer beschießt mich denn da immer? Ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Ich weiß nicht, wie man sie festhält. Oh, oh. Oh, sie hat sich einfach von alleine irgendwie. Ich hab einfach mal... Oh, ich hänge, ich hänge. Oh, das ist ja wundervoll. Äh. Kannst du auch hochklettern jetzt? Oder kannst du nur schwingen? Okay. Hat zumindest geklappt. Ich bin oben. Und deswegen speichere ich auch so vor die. So. So, und wer hat mich jetzt hier beschossen? Der kriegt einen auf die Rübe. Da. Du. Vogel, du. Gibt's ja wohl nicht. Wo bist du? Haha. Voll runtergefallen. Ich hab ihn voll getroffen. Oh, mein Herz ist aber weg. Meine Lebensenergie. Ja, toll. Was hat mir das jetzt hier gebracht? Gar nix. Ach, doch. Ich soll hier hoch. Oh, da ist er ja wieder. Hey, warte. Komm, wir gehen zusammen. Ähm, hallo? 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 Ihr seid alle so gemein zu mir. Ich hab euch überhaupt nichts getan. Ich speichere hier jetzt mal nicht, weil ich so viel Energie verloren hab. Dann kletter ich da lieber nochmal rum. Ach, wir kommen wieder weiter. Sehr schön. Ähm. Das klappt ja wieder super hier. Ja, da. Oh. Naja. Wenn ich immer die Leertaste fleißig drücke, bleibt sie vielleicht auch so am Leben. Da, mein Blatt. Oh. Huch. Hahaha. Oh, voll den Bach runtergest... Entschuldigung, dass ich lache. Ist eigentlich peinlich, was ich hier mache, ne? Aber wer bei mir jetzt schon Alice seit dem ersten Part guckt, weiß ja, dass es hier echt total gut läuft. In dem Spiel. Ich bin aber trotzdem ins nächste Level gekommen. Ach, das hat noch geklappt. Ich dachte, ich lade jetzt hier gerade wieder. Quatsch. Ich quatsch schon ins nächste Kapitel rein. Versteck heißt das. Ach, dann ist sie ja so stürzend ins nächste Kapitel gekommen. Dann kann das nächste Kapitel ja auch nur wunderbar beginnen. Ganz viel Energie. Super. Ja, mir ist ja egal wie. Hauptsache, wir kommen weiter. Hör auf, mich aufzuspießen. Und hör auf, wegzurennen. Er hat voll Angst vor mir. Komm her. Ja. Ihr hättet mich auch aufgespießt und getötet. Warum sollte ich euch leben lassen, wenn ihr auch so grausam zu mir seid? Hahaha. Ich bin Alice. So, das war's mit der einen. Ähm, Alice. Komm her. So. Das läuft ja ganz gut. War da noch was in der Ecke? Sieht da so frohlockend nach einem Geheimversteck aus. Aber hier gibt's ja gar nicht so viel zu finden. So. Ah. Oh. Das war knapp. So. Hier rüber. Nein. Nein. Geh hoch da. Da drauf. Da. Da bist du denn. Mach doch mal einen Hopps. Springen. Ähm. Ähm. Das war ein riesiger Tisch. Scheiße. Jetzt muss ich die noch mal alle besiegen. Blöden Ameisen. Dabei hat das gerade so gut geklappt. Ach. Nochmal die Viecher. Können ja nicht genug kriegen hier. Ding, 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 ding. So. Da sind jetzt die Nächsten. Da hinten war ja nichts. Gut. Bevor der gruselige Fisch mich wieder frisst. Ne. Dann machen wir das mal. Hopps da rüber. Das hat schon besser geklappt. Hier rauf. Und dann, ja. Bin ich eigentlich auch schon richtig hier gewesen wahrscheinlich. Ja. Oh. Oh, ich höre schon wieder nicht so schöne Sachen. Nein. Nein. Jetzt kommt der Fisch wieder. Der Fisch. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Nein. Sie springt da einfach nicht rauf. Auch wenn ich wie eine Bekloppte drücke. Naja. Alle guten Dinge sind keine. Rauf, 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 rauf. Warum ist das Spiel so grausam zu mir? Ding, 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 ding. Ich werde schon wieder beschossen. Ja. Und die treffen mich auch, obwohl sie mich gar nicht getroffen haben. Ähm. Ja. Die können es auch einfach nicht lassen, ne? Da gehe ich jetzt mal hin. Dann kann ich hier nämlich schön zurücklaufen. Bevor ich hier jetzt wieder ins Wasser falle und das nicht klappt. Hat aber geklappt. Ich weiß, das sind so einfache kleine Sprün... Sprünge, aber... Wow. Was geht hier denn ab? Ich weiß, das ist so einfache kleine Sprünge. Ich weiß, das ist so einfache kleine Sprünge. Ja. Ihr seid auch von allen guten Geistern hier verlassen, ne? Boah, dieses Ding. Diese scheiß Rose. Die nervt mich. Ja, geht doch. Ist das hier der General oder was? Nein. 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 Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Na komm schon, du blöder Würfel. Ich hab nicht genug Mana. Verdammt. Scheiße. Mist, Mist. Oh, ich hab mich so tapfer gehalten, aber es hat nicht sein wollen. Warum stirbt sie? Oh, weil die Rose mich beschießt. Oh, das gibt's doch noch nicht. Es ist echt nicht einfach. Ja, komm. Alle auf einmal, weil's so schön ist, in meinen Bewegungen bleiben. So, die Rose war's jetzt auch. Tschüss. Und triff ihn doch mal. Scheiße. Nein. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, ich weiß. Ich speichere jetzt hier einfach mal. Ne? Warum nicht? Ja, wenn... Vielleicht würdest du auch mal was machen. Ja, hat nicht geklappt. Das Messer ist zu schwach. Ich werd jetzt gleich mal meine Keule wieder nehmen. Was hab ich denn hier gemacht? Ich hab hier irgendwas geladen, was ich gar nicht laden wollte. Die sind so fies. Und sie macht nichts, sie macht nichts, sie macht nichts. Ja, stirb doch. Stirb doch. Ach, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bei Alice. Bis dann. Bis dann. Bis dann.